Mirko, letztlich war es ein klare 6 zu 0 im Cup in Saalfelgen. Wie wichtig war denn dieses klare Ergebnis nach dem Donnerstag? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, es gibt uns ein super Gefühl, dass wir nach dem Spiel in Finnland da anschreiben, ein klare 6 zu 0. Wir haben hochverdient gewonnen und haben absolut nichts anbrennen lassen. Da kann man definitiv auf dem aufbauen und gibt uns sicher natürlich einen Rückenwind für Mittwoch. Wie habt ihr das Spiel am Donnerstag aufgearbeitet und wie seid ihr in das Spiel heute reingegangen? Gute Frage. Waren sicher viele Aspekte dabei, die wir hätten besser machen können. Waren aber genauso gute Sachen dabei. Müssen wir halt besser umsetzen am Mittwoch und ich denke, dass wir absolut ready sind für die Aufgabe. Du hast heute die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen dürfen. Ich nehme einen schönen Tag, große Freude für dich. Ja, ich glaube, wenn du so lange bei dem Verein bist, dann ist das eine riesige Ehre, wenn du da als Kapitän aufläufst. Wenn du von der Akademie weg bist, dann ist das irgendwo ein Kindheitstraum. Und es erfüllt auch mit Stolz, jedes Spiel für diesen Verein zu bestreiten. Und als Kapitän umso schöner. Und dann auch noch zu Null. Das heißt insgesamt rundum ein schöner Tag für dich. Super Tag, super Tag. Kann genauso weitergehen. Das war richtig, richtig gut. Danke sehr. Danke. Super. Super.